Hallo und herzlich Willkommen zum Themenblog Live-Technik. Worum geht es in diesem Themenblog? In diesem Themenblog beschäftigen wir uns mit Live-Technik bzw. Veranstaltungstechnik. Im Grunde genommen sollte jeder von uns bereits das nötige Grundwissen haben, das man braucht, um als Live-Techniker arbeiten zu können. Wir haben gelernt, wie man Instrumente abmikrofoniert. Wir kennen uns mit Mischpulten aus und wir wissen über N-Stufen und Lautsprecher Bescheid. Im Prinzip reicht das. Trotzdem ist es wichtig, dass wir noch einmal explizit über die Live-Technik sprechen und die einzelnen Aspekte in diesem Zusammenhang betrachten. Es lässt sich dabei aber nicht vermeiden, dass teilweise ein paar Dinge wiederholt werden, die wir schon einmal gehört haben. Worin unterscheidet sich die Live-Technik von der Studiotechnik? Live ist alles gröber, härter und lauter als im Studio. Wenn man Live mischt, geht es nicht darum, feinste Nuancen im Sound einzustellen. Dazu hat man Live üblicherweise gar nicht die nötige akustische Umgebung. Es hallt, Menschen kreischen und die Lautsprecher sind nicht auf Klang, sondern auf Lautstärke optimiert. Außerdem fehlt die Zeit. Und erst während des Konzertes, wenn der Saal gefüllt ist, hat man die endgültige akustische Situation. Das Publikum schluckt viel Hall und viele hohe Frequenzen. Eigentlich kann man erst vernünftig mischen, wenn der Saal voll ist. Wenn der Saal voll ist, hört das Publikum aber natürlich auch alles, was man macht. Man kann dann während des Konzerts, nicht so wie im Studio, noch einmal in Ruhe eine Spur auf Solo in Place schalten und dann durch Sweepen mit dem Equalizer mit einem Gain von plus 12 dB eine bestimmte Frequenz suchen. Nein, man stellt den Equalizer einfach grob ohne Sweepen ein. Lautstärkenverhältnisse, Effekte und so weiter, alles wird situationsbedingt weniger genau gemacht. Aber natürlich trotzdem so gut wie möglich. Alles Equipment, das live verwendet wird, muss besonders robust sein. Alles wird ständig auf- und abgebaut. Eine Endstufe steht in einem Moment noch feuerheiß hinter der Bühne und ein paar Minuten später wird sie bei minus 20 Grad in den LKW eingeräumt. An Kabeln wird gezerrt, Bier wird über Geräte geschüttet, Mikrofone fallen auf den Boden und so weiter. Live ist die Anforderung Nummer 1 an das Equipment, dass es robust sein muss. Anforderung Nummer 2 ist, dass es zuverlässig arbeiten muss, und Anforderung Nummer 3 ist, dass es laut sein muss. Anforderung Nummer 4 ist, dass das Equipment möglichst günstig sein muss und erst an fünfter Stelle kommt die Anforderung, dass das Equipment gut klingen muss. Nun gut, genau so müssen die Prioritäten nicht immer verteilt sein. Aber zumindest steht der gute Klang im Normalfall nicht an der ersten Stelle. Ein wichtiger Hinweis noch. Live ist man einer sehr hohen Lautstärke ausgesetzt. Die Lautstärke ist üblicherweise definitiv so hoch, dass sie das Gehör schädigt. Und kein Beruf auf dieser Welt sollte es wert sein, dass man seine Gesundheit aufs Spiel setzt. Die Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Das Problem ist, dass man dies als junger Mensch zwar weiß, es aber doch irgendwie nicht ernst nimmt. Meistens kapiert man es erst, wenn man einmal gröbere gesundheitliche Probleme hat. Dann ist es aber meist zu spät. Ein Tontechniker mit einem Hörschaden muss wahrscheinlich seinen Beruf wechseln. Lange Räder kurzer Sinn, live sollte man Ohrenstöpsel verwenden. Normale Schaumgummistöpsel sind eher ungeeignet, weil diese die Mitten und die Höhen rausfiltern und hauptsächlich die Bässe durchlassen. Da hört man einfach zu wenig. Es gibt aber beim Hörakustiker eigens für Musiker designte Ohrenstöpsel. Diese kosten zwar ca. 300 Euro, haben dafür aber ein einigermaßen lineares Übertragungsverhalten. Wenn man als FOH-Mischer arbeitet, also die Saalmischung macht, kann man ja für die ersten zwei Songs Bis alles gut steht ohne Ohrenstöpsel arbeiten. Dann sollte man aber schnell die Ohrenstöpsel verwenden. Als Monitormischer kann man von vornherein mit Ohrenstöpseln arbeiten. Hier muss man in erster Linie die Wünsche der Musiker ausführen und hören, wenn ein Feedback entsteht. Das geht definitiv auch mit Ohrenstöpseln. Es ist schon klar, ohne Ohrenstöpseln macht laute Musik kurzfristig gesehen schon mehr Spaß. Wenn man aber auf seine Ohren aufpasst und Ohrenstöpseln benutzt, macht es dauerhaft Spaß live zu mischen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Themenblock Live-Technik.